Der Berwart Stein ist eine Burg im Felser Wald im Daner Felsenland. Der berühmteste Eigentümer der Burg war der Vogt Hans von Trotter in Volksmund Hans Trapp genannt. Zweifelhafte Berühmtheit erlangte Hans Trapp durch seine Dauerfäde mit der Reichsstadt Weißenburg im nahen Elsass. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 In der St. Anna-Kapelle ist der Ritter Hans Trapp Beigesetzt Unterhalb der Burg Berbertstein liegt der Seehof, ein idyllischer Badesee. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017